Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, wir sind im letzten Part mal wieder gestorben. Und zwar da vorne, ne, bei dem Großen. Äh, ich hab mich schnell mal ans Feuer, beziehungsweise an die Gnade hier gesetzt, damit wir unsere Flasche verbessern können. Flaschenaufladung hinzufügen. Goldene Saat. Damit haben wir wieder eine Flasche mehr. Sechs Stück, sehr schön. Gleiche verstärken. Und wir haben keine heiligen Tränen, schade. Gut. Kriegsasche. So, damit konnten wir das machen. Genau, Stufenobstück, Zeitvertreib, Zauberlernen. Zauberlernen brauchen wir nicht. Gut. Na dann, gehen wir wieder rein. Feuer. Machen wir aber noch eine Nachricht schreiben. Und zwar, voraus, Gegner. Und dann... Machen wir noch eine Nachricht? Und zwar... Und zwar... Ähm... Was machen wir da... Wörter... Wörter... Aktion... Richtung... Ost, West, Süd, Nord, Voraus... Hinten, links, rechts, hoch, runter, Rand, hoch. Vorsicht vor... Es gibt keinen oben, ne? Vorsicht vor... Rücke. Rücke. Machen wir mal. Machen wir mal. So... Und dann dürfen wir hier wieder fighten. Jetzt kommt erstmal Heinzi wieder runter. Ich möchte aber gerne gegen den alleine kämpfen. Wo greift er die jetzt an? Nee, tut er nicht. Kann ich hier meine Geisterquallen rufen? Aua. Aua. Kann ich keine Quallen rufen? Warum nicht? Oh. Aua. Ich habe mal direkt eins verspendet. Ich muss da wahrscheinlich später rollen. Dann kann ich dem auch dodgen. Da war ich wieder zu gierig. Und schon wieder zu gierig. Mann, was ist denn jetzt los? Jetzt hör doch mal auf damit. Jetzt kann ich gleich wieder neu starten. Alter. Jetzt hör halt auf. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ausdauer. Hey, du hast mich doch gar nicht getroffen. Ach, Mann. Oh, shit. Ich habe noch gar nicht meine Huhnen wiedergeholt, ne? Sollte ich vielleicht erst mal tun. Alter, jetzt kommt da noch so ein mistiger Lanzenträger. Ich brauche erst mal meine Huhnen zurück. Und dann versuchen wir mal an der Gnade zu rasten. Oh, Gott. Okay, haben wir geschafft. So. Dann machen wir das diesmal ein bisschen anders. Was? Aua. Aua. Ich will die ganzen kleinen Konsorten hier wegmachen. Mann, jetzt ist doch auch mal gut. Ey. Komm, du auch noch. Peter. Nein, den Trank wieder gekriegt. So, Hayopai ist aber jetzt da unten immer noch. Die anderen sind hier aber auch alle noch. Oh, Mann. Und der hat mich schon gesehen. Oh, geil. Okay, Bro. Habe ich verstanden. Oh. Die Ambossschützen gehen mir so ein bisschen auf den Weg. Genau deswegen. No, deswegen. Alter. Alter. Ist doch okay. Alter. Da ist der Armbrustschütze da, ne? Da ist noch einer. Okay, wir müssen erstmal weg. Okay, der ist weg. So, mein Freund. Jetzt sind wir noch beide. Oh. Bist du Baumfeller jetzt geboren, oder was? Das stampfen, ne? Okay. Ah, wieder zu gierig gewesen. Ich darf nicht so gierig sein. Zwei, drei Schläge, aber das reicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, komm. Wo ist denn hin? Hallo? Oh, oh. Okay. Okay. Alter. Hat mich aber voll erwischt. Noch nie. Okay, komm. Oh. Okay, ist ein bisschen nervig. Die ganzen Bogenschützen, oder Armbrustschützen, nerven halt. Vielleicht kann ich den ja noch mal rausglocken. Du stinkst aus dem Mund, Junge. Komm, lass uns mal hier kämpfen. Komm, lass uns mal hier kämpfen. Nee, nicht abhauen. Komm doch her. Genau. So, oh, gefällt mir das. Ah, die sind mal nur zweimal geschlagen. Jetzt wieder dreimal. Ah, Mann. Zweimal reicht. Ah, die Ambos schützen wieder. Wieder zu gierig. Ah, da holt er ein Schwert raus. Okay. Ah. Dann muss ich später rollen. Nein, komm. Geht doch. Okay. Heilen. Und jetzt machen wir die kleinen Säcke hier weg. Aua. Aua. Nee, ich muss da hoch. Nee, ich muss da hoch. Ich bin wieder Ambos, echt. Stopp. Keine Ausbau mehr gehabt. Oh, gerade weggedreht, als die Pfeile kamen. Nee, du bringst mich jetzt nicht um. Meine Güte. Nee. 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 Nee, nee, wir laufen erst mal den normalen Weg. Okay. Das waren also die Hunde, die uns letzte Mal durchstammt. Ah, da gab es auch wieder ein Tränkchen zurück. Aber das bedeutet auch wieder, wir machen hier wieder Vorsicht vor Gegner. So, wieder aufs Rost drauf. Und dann rasten wir hier einmal. So, Stufenaufstieg machen wir erst mal Geschick. Die Waffe kriegt ein bisschen mehr Schaden, hier aber auch. Hier machen wir erst mal Geschick auf 15. Und dann Craften waren wir ein bisschen was. Kriegsasche, Trusatien, Zauberlernen, Flasche, Stufen. Wie war das mit dem Craften? Ich muss das einfach so machen. Objektherstellung, genau. Ähm. Noch ein Wurffall. Hier können wir erst mal noch ein paar machen. Dann machen wir nochmal 30 Stück. Regulandsteine brauchen wir nicht. Hier haben wir auch wieder ein paar. Ja. Komm, hau raus. Okay. So. Da sind wir lang. Okay. So. Geht doch gar nicht. So. Wahrscheinlich da lang laufen. Da kommt eine Truppe Leute. Oh, die dreht wieder um. Das passt mir nämlich sehr gut. Denn, wir sind hier. Leider schon wieder am Ende eines Partes. Damit bleibt mir wieder nur zu sagen. Ich danke euch wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut da rein.